Musik Die Freizeitanlage Sauerbrunnen in Volkmaßen gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Nordwaldeck. Aber hier kann man nicht nur eine wunderschöne Zeit verbringen, Minigolfen, mit den Kindern den wunderbaren Spielplatz besuchen, sondern man kann sich auch am frischen Sauerbrunnen erladen. Der Sauerbrunnen, der hier direkt aus der Quelle stammt und nebenan abgefüllt wird und in die Region verkauft wird. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo bin und Volkmaßen, Sauerbrunnen oder auch Waldecker, Wasser bekomme, denn ich weiß, es stammt hier aus meiner Heimatstadt Volkmaßen. Prost! Musik Musik Musik